Servus und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe des Schanzer-Podcasts, der auch heute wieder präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadt, Autobierschneider und Systech. Mein heutiger Gast, der ist seit dieser Saison Teil der Schanzer-Familie und hat eigentlich seit seiner Vertragsunterschrift beim FCI ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebt gehabt. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf MD, den Zweiten. Servus, Max Wittgen. Servus, hei. Ich würde sagen, wir steigen eigentlich direkt ein mit unserer ersten Kategorie, nämlich mit unsere Spielzeit. Wir haben ja auch ein paar Fanfragen im Vorfeld gestellt gehabt heute bei Instagram. Eine Frage, die reinkam, die würde ich jetzt schon mal ein bisschen vorwegnehmen, hat sich natürlich auch ein bisschen auf das zurücklegende Spiel bezogen gehabt. Am Samstag gab es nämlich zum Rückrundenauftakt eine 0-1-Niederlage für uns in Bayreuth. Du bist von Anfang an mit auf dem Platz gestanden. Wie hast du es erlebt? Ja, also zunächst mal mussten wir die Niederlage jetzt erstmal verdauen. Gestern war schon ein harter Tag für uns. Da wurden Sachen klar angesprochen und ja, es war einfach, glaube ich, in den meisten Belangen einfach zu wenig. Also wir sind nicht gut in die Zweikämpfe gekommen. Bayreuth hat uns da ein bisschen den Schneid abgekauft und dann gehst du in der Liga halt ohne Punkte vom Platz, wenn du so eine Leistung bringst. Und da ist es auch egal, welcher Gegner auf der anderen Seite steht. Der Trainer hat ja nach dem Spiel klar und deutlich gesagt, ihr habt wahrscheinlich dann auch bei euch, es werden Konsequenzen folgen. Er wird mit euch Tacheles sprechen. Klar, das sind jetzt alles interner, aber vielleicht kannst du uns ja dennoch ein bisschen mitnehmen, wie da euer Trainingsalltag am nächsten Tag am Sonntag war. Wir haben quasi zusammen alle einen Lauf gemacht. Die einen, die viel gespielt haben, natürlich nicht so intensiv wie die anderen. Dass man quasi mal einfach die ganzen Sachen aus dem Kopf bekommt und einfach mal den Lauf um den See macht. Ja, heute wäre quasi unser freier Tag gewesen. Der wurde dann natürlich gestrichen. Das sind alles nachvollziehbare Maßnahmen. Und ich glaube, dass wir jetzt alle, wie man so schön sagt, eng zusammenrücken müssen. Und da ist dann auch kein Platz für den freien Tag. Woran lag's? Vielleicht hatten wir einfach das Gefühl, dass wir viele Sachen dann spielerisch lösen können und wurden dann quasi in der ersten Halbzeit auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Dass man dann in Bayreuth auf einem doch schwierig zu bespielenden Platz dann doch andere Tugenden an den Tag legen muss, als wir das da getan haben. Und wer jetzt noch nicht gewarnt ist, der sollte spätestens nach diesem Spiel sein. Und wir müssen jetzt alle am Glocken an sein bei uns, dass wir endlich verstehen, worum es in der Liga geht. Und da helfen am Ende des Tages dann auch nur Punkte. Wer auch zahlreich mit vor Ort war, waren unsere Fans. Also ähnlich wie beim Oberbayerischen Derby damals in München. Es sind doch einige mit uns mitgereist nach Bayreuth. Auch Teile der FC-Geschäftsstelle, die dort vor Ort waren. Wie habt ihr deren Unterstützung wahrgenommen? Ihr wart ja auch nach Schlusspfiff dann nochmal bei den Fans. Ja, also durchweg natürlich erstmal positiv, dass so viele Leute uns dann begleiten zu einem Auswärtsspiel. Die Stimmung danach war, ich sag mal, angespannt, aber trotz alledem immer noch sehr aufmunternd und positiv. Es ist nie schön, sich nach so einer Leistung vor die Fans zu stellen. Wir wollen den Fans Siege schenken und natürlich auch Punkte für den Verein sammeln. Und klar, dann ist es immer ein bisschen unangenehm, sich da hinzustellen. Aber das gehört dazu. Und wir freuen uns auch auf irgendeine Art und Weise, dass die Zonen stehen halt auch in den Zeiten, die ein bisschen schwieriger sind. Weil zu einer Mannschaft, die jedes Spiel gewinnt, ist es nicht schwer zu stehen. Und von daher nochmal ein riesen Kompliment an die Leute, die uns da begleitet haben und auch nach Abpfiff dann noch mit positiven Worten in die nächste Woche geschickt haben. Denn dann kommen ja zwei Heimspiele auf uns zu. Erstmal gegen Dortmund und dann geht es daheim gegen Osnabrück. Was wird denn da besonders wichtig sein? Ja, ich glaube, dass das extrem wichtig sein wird, dass wir zeigen, dass wir hier zu Hause spielen. Und dass wir im Gegensatz zur Leistung in Bayreuth ein anderes Gesicht zeigen müssen, um dann halt in die Leistung, in die Vorleistung zu gehen, dass unsere Fans dann immer noch da bleiben. Weil irgendwann glaube ich halt auch, dass wenn die Leistung nicht passt, dass die Fans dann auch den Deckel irgendwann aufhaben. Und das sollten wir tunlichst verhindern. Ich meine, wir können immer mal ein Spiel verlieren. Aber die Art und Weise macht es dann halt auch. Und da sollten wir ganz, ganz stark in dieser Woche jetzt daran arbeiten und dann keine Zweifel aufkommen lassen, dass wir am Samstag dann Dortmund schlagen. Pünktlich zum Start der Rückrunde gab es aber dennoch auch positive Nachrichten. Ich glaube, da haben wir uns alle sehr darüber gefreut, dass unser Kapitän Tobias Schreck endlich wieder nach langwieriger Verletzung zurück ist. Und auch Wieser Muslio hat sein Comeback gefeiert in Bayreuth. Wie wichtig waren jetzt diese beiden Comebacks für euch? Ja, zunächst einmal sind wir froh, dass sie wieder auf dem Platz stehen. Also ich glaube, wenn die beiden auf dem Platz stehen, helfen sie uns extrem weiter. Deren Zutun hat leider jetzt auch nichts dazu geholfen, dass wir das Spiel gewonnen haben. Aber alleine deren Präsenz sollte eigentlich eine gewisse Strahlkraft haben für den Rest der Mannschaft, um nach vorne zu marschieren. Und ich hoffe, dass sie jetzt wie auch alle anderen Spieler, die auf dem Platz standen, wieder an ihrer Leistungsgrenze kommen in der nächsten Woche und dann wieder gegen Dortmund helfen können. Jetzt lass uns mal die Rückrunde sein. Lass uns nochmal über die Hinrunde sprechen, die wir im Endeffekt mit 31 Punkten abgeschlossen haben auf Platz 7. Wie würdest du sie denn so grundsätzlich mal beurteilen? Ja, also ich durfte ja oder musste den größten Teil der Runde natürlich von außen zuschauen und konnte nur gegen Aue und gegen Elversberg, die bei den Spielen leider verloren wurden, mitwirken. Ja, ich sag mal, bis zum Jahreswechsel haben wir eigentlich eine ganz vernünftige Punkteausbreite gehabt. Hätten vielleicht das eine oder andere Spiel mehr gewinnen können, aber auch vielleicht, was wir haben gewonnen, unentschieden oder verlieren können von der Ausrichtung her. Deswegen glaube ich, dass es eine ganz gute Ausgangsposition war. und die haben wir uns halt ein Stück weit kaputt gemacht in den ersten beiden Spielen des Jahres. Und ja, wie gesagt, ich glaube, dass die Hinrunde in Ordnung war von den Punkten, aber wir brauchen eigentlich mehr. Und jetzt zählen, wie gesagt, nur Siege. Die Hinrunde ist vergangen, die Rückrunde hat begonnen, auch nicht positiv, aber es hilft ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wir müssen jetzt weitermachen und alles für die Punkte zu tun. Eine Partie, die schon ein bisschen zurückliegt, aber dennoch nochmal für Gesprächsstoff jetzt vor unserem Rückrundenauftakt gesorgt hat, war die gegen Elversberg. Also vor allem diejenigen, die das Ganze vorm Fernseher beobachtet haben, die sind da im wahrsten Sinne des Wortes durchgedreht. Also einmal, wenn man sagt, der Ball ist vielleicht im Auszähne, dann war da das Foul an Linzi, der vermeintliche Elfmeter, den das Ganze noch zur Folge hatte. Und dann das reguläre Tor von Musat und Buja, das aber nicht gegeben worden ist. Wie hast du das Ganze auf dem Platz denn erlebt gehabt? Ja, also die Foulszenen, die zum Elfmeter geführt haben, die habe ich eigentlich ein bisschen besser, ja, also gut vom Platz her aus sehen können und war auch der Meinung, dass es nicht für den Elfmeter gereicht hat. Aber die anderen beiden Szenen, ob der Ball jetzt im Aus war oder nicht, konnte ich während des Spiels natürlich nicht sehen und war dann am Ende des Tages auch, glaube ich, nicht hundertprozentig aufzulösen, ob der Ball dann im Aus war oder nicht. Nur halt bei dem Abseits-Tor ist dann halt sehr bitter, dass wir dann quasi nochmal um zehn Minuten gebracht wurden, wo wir dann richtig nochmal Druck machen hätten können, weil dann schlussendlich das 4 zu 3 ist dann natürlich ein bisschen zu spät gefallen. Da war dann nicht wirklich mehr viel Zeit, um nochmal was zu drehen. Ja, sehr ernüchternd, habe ich so auch noch nicht erlebt mit solchen Entscheidungen, aber anscheinend gehören die ja leider zum Fußball dazu. Ich hoffe, dass dann in der Zukunft auch mal solche Entscheidungen auf unsere Seite fallen. Aber wir müssen erstmal die Leistung bringen, bevor wir uns über irgendwelche Geschichten aufregen oder Geschichten beschweren, dass irgendwelche Sachen auf unsere Seite fallen müssen, müssen wir erstmal alles in die richtige Bahn lenken. Und dafür brauchen wir eine gute Leistung auf dem Platz. Sollte ihr dann mit dem Bus zurückgefahren, hattet also da, vor allem muss man auch sagen, bei der Hinfahrt ja schon Probleme mit dem Bus, mit den Getriebeschaden. Dann stand das Spiel ja auch auf der Kippe, weil man nicht wusste, wie ist es mit den Schneeverhältnissen. Wie habt ihr euch da auf dem Laufenden gehalten und habt ihr dann eigentlich überhaupt noch daran geglaubt, das Spiel findet statt? Also ich bin immer ein Freund davon, sich nicht zu viel Gedanken zu machen, ob und wie ein Spiel stattfindet, weil entweder man bringt sich ein bisschen raus oder man macht sich nur verrückt. Und solange nicht die endgültige Nachricht da ist, das Spiel findet nicht statt, sollte man da eigentlich nicht zu viele Gedanken verschwenden. Und ich persönlich bin es nie davon ausgegangen, dass das Spiel nicht stattfindet. Gut, die Anreise mit dem Bus war etwas holprig, mussten dann nochmal einen Buswechsel vornehmen. Wie weit seid ihr da gekommen eigentlich? Ich glaube, wir sind knapp die Hälfte der Strecke gefahren und dann hatten wir nochmal so zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden vor uns. Und ja, der Wechsel an sich hat halt auch eine Stunde, anderthalb gedauert, was eigentlich relativ flott war für den Ersatzbus. Ich glaube, da hat unser Coach seine Kontakte spielen lassen aus vergangenen Zeiten. Und ja, super, dass wir so schnell einen Ersatzbus hatten und dann sicher nach Elversberg gekommen sind. Hat man da irgendwie als Fußballer dann dennoch so im Kopf, boah, das Spiel steht unter keinem guten Stern? Sicherlich gibt es da Spieler, die da irgendwie so ein, ja, ich sag mal nicht Aberglaube, aber die sich denken, oh, das kann doch nicht sein. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn man sich damit so viel beschäftigt und sich vom Wesentlichen ablenken lässt, ja, da ist man nicht gut beraten. Also ich glaube, man sollte dann irgendwie vom Kopf her versuchen, so klar zu bleiben, auch wenn es vielleicht dann schwer ist, dass man an sein Leistungsmaximum kommt. Und ich sag mal, bis auf die zehn Minuten, die drei Gegentore und dann noch zwei Chancen, die wir zugelassen haben, war das dann im Großen und Ganzen doch ein ordentliches Auswärtsspiel, fand ich. Und von daher hat uns das nicht riesig beeinflusst, diese Anreise. Und werden wir auch niemals als Ausrede nehmen, so eine Buspanne. Also das kommt uns nicht in die Tüte. Zumindest wirst du diese Auswärtsreise nicht mehr vergessen. Das war ja auch deine erste Auswärtsreise nach dieser langwierigen Verletzung. Ich weiß, dass das eigentlich ein inhaltliches No-Go ist, nochmal über die Verletzung zu sprechen. Nee, so ist das schon in Ordnung. Aber die Frage habe ich halt oft genug gestellt bekommen. Genau. Funfact vielleicht einfach. Wir hatten letzte Woche, letzte Woche war es, da hatten wir das Interview, wo du dann am Ende zu mir meintest, ja, ich hoffe, das war jetzt das letzte Mal, dass ich dazu jetzt nochmal was beantworten muss. Und dann kam unser großer Neujahrsempfang. Ja, und dann hast du die Frage nochmal gestellt bekommen und hast sie dementsprechend kurz und knackig beantwortet. Genau. Mein Highlight ist abends übrigens, muss ich sagen. Also es war wirklich sehr amüsant. So, soviel dazu. Du hast viel erlebt bei uns, seitdem du hier auf der Schanz bist. Vielleicht kannst du die letzten Monate nochmal Revue passieren lassen. Und eigentlich muss man sagen, stand ja eigentlich dein Beginn, wenn man so will, unter einem guten Stern. Denn du durftest unser Heimtrikot repräsentieren und zwar von oben. Und ich glaube, diesen Blick hat kein Spieler bisher jemals gehabt, seitdem er hier spielt. Ja, also das war schon eine außergewöhnliche Situation. Ich kam am Abend vor dem Trainingsstart hier an. Und ich wusste ja, dass ich dann noch zu dem Shooting sollte. Aber was mich dann genau erwartet hat, wusste ich dann nicht. Und als es dann hieß, ja, hier, wir klettern jetzt hier aufs Stadiondach hoch, da war ich schon sehr überrascht, sage ich mal so. Und ja, aber überragende Idee, überragender Einfall. Ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Sehr coole Optik und sehr coole Location, abgesehen natürlich von dem Trikot, was natürlich auch gut aussieht. Und ja, hat mega Spaß gemacht. Ich bin für solche Sachen zu haben und ja, hätte es gerne früher dann angezogen, als erst im Spiel gegen Aue. Ein Video gibt es übrigens auch noch. Also wer das noch nicht gesehen hat, gerne mal bei YouTube gucken. Da präsentiert Max unser Heimtrikot, wer es noch nicht gesehen hat, das Video. Wir haben 1-0 Testspielsieg gegen Eichstätt in Großmehring. Da warst du aber dennoch mit dabei. Dann soll es allerdings 152 Tage dauern, bis man dich dann wieder im Trikot des FCI hat sehen dürfen. Du hast dadurch 22 Partien verletzungsbedingt verpasst gehabt. Klär uns mal auf, was du denn letztlich eigentlich hattest. Also ich weiß es, aber die Fans teilweise nicht, denn du warst ja eigentlich schon mal gefühlt zurück und hattest dann dennoch nochmal deinen Rückschlag. Es war, glaube ich, die erste Trainingseinheit im Trainingslager, die mich dann zunächst mal rausgeworfen hat. Es schien erst alles gar nicht so schlimm, weil der Schmerz an sich war, war gar nicht so groß. Ich hatte beim Passen dann einige Probleme und ja, mein Muskel war halt zu fest. Und von ärztlicher Seite aus kam dann halt, ja, schauen wir erst mal zwei Tage, ob es sich bessert. Und ist dann tatsächlich auch besser geworden. Ich glaube, ich bin da, ich will nicht sagen komischer Typ, aber anscheinend bin ich relativ schmerzresistent, was die Geschichte angeht. Und dann habe ich, nachdem wir aus dem Trainingslager zurückgekommen sind, zwei komplette Trainingseinheiten mit, wie sich schlussendlich herausgestellt hat, mit einem Muskelbündelriss absolviert. Und bei der letzten Flanke hat es dann doch so doll reingezogen, dass ich gesagt habe, das kann keine Verhärtung oder keine Zerrung sein. Und ja, wie gesagt, dann hat sich halt herausgestellt, dass ein Bündelriss im Oberschenkel war, der dann halt an einer, ja, sehr, sehr schwierigen Stelle war, die den Heilungsprozess erschwert hat. Und somit hat das konservative Verheilen dann nicht gut funktioniert. Und der Restart, den ich dann hatte, stand dann auch schon wieder, ja, eine Trainingseinheit auf dem Platz. Und das war es dann aber auch. Und dann gab es eigentlich nur noch die Entscheidung, die OP zu machen. Es war wirklich kein riesengroßer Eingriff. Es hat, glaube ich, 20 Minuten gedauert an sich. Und das war dann aber, glaube ich, das Entscheidende Zünglein. Und ja, jetzt bin ich wieder gesund. Du hast aber im Trainingslager dann auch ein bisschen pausiert gehabt und bist mit Paco Testroth ein bisschen beim Water-Trim unterwegs gewesen, mit Domi Dürrschmidt. Wie lange hast du es unter Wasser ausgehalten beim Tauchgang? Also, wenn ich das jetzt noch wüsste, es war auf jeden Fall weniger als eine Minute und Paco hat auf jeden Fall länger durchgehalten unter Wasser. Also, das weiß ich. Aber wie lange es genau war, kann ich dir jetzt nicht sagen. Dann hat es, wie gesagt, länger gedauert, bis du dann wirklich auch wieder individuell trainieren konntest. Warst du dann auch Reha-mäßig jetzt nicht in Ingolstadt, sondern auch auswärts und hast dir da, soweit ich weiß, sogar eine Ferienwohnung genommen, weil es sonst in Punkto Pendeln ein bisschen weit gewesen wäre. Ich war bei Korox, das ist die Reha-Einrichtung von Hans Friedl. Und da war halt ein Pferdehof in der Nähe. Und da habe ich meine Familie eingepackt und die quasi mit auf Reha genommen. Dann, ja, muss man auch sagen, dass es eine schöne Nebenbeschäftigung war dann auch neben der Reha, weil dieses stumpfe Trainieren in der Reha ist natürlich sehr, sehr anstrengend für den Kopf. Und da ist es dann, glaube ich, schon relativ schwer, wenn man dann ins Hotelzimmer kommt und seine Familie dann nur am Wochenende sehen kann. Und meine Töchter haben sich auch gefreut. Da waren halt Pferde, auf denen die reiten konnten und alle möglichen Tiere. Und, ja, war schon ein schöner Nebeneffekt. In der Zeit warst du nicht auf dem Platz zu sehen, aber häufig für uns auch als TV-Experte unterwegs, sei es in München oder eben auch mal im Studio. Was den Fans, aber vor allen Dingen auch deinen Mitspielern aufgefallen ist und uns natürlich auch. Du bist da sehr emotional, wenn du auf der Tribüne bist. Ja, zunächst einmal hoffe ich, dass ich das nicht mehr sein muss. Hoffen wir auch. Aber es ist viel schlimmer, von außen zuzugucken. Dann noch von der Tribüne, ich sage mal von der Bank, wäre es, glaube ich, nicht allzu schlimm, aber von der Tribüne hat man natürlich auch einen super Winkel auf das Spiel und kann halt genau sehen, was vielleicht anders laufen müsste oder sollte. Ja, und dann halt diese Geschichte, dass einem die Hände gebunden sind und man nicht helfen kann. Das ist für mich sehr, sehr, ja, anstrengend, sage ich mal so. Marius Funk hat das letzte Mal im Podcast gemeint gehabt, er hatte ja zwischenzeitlich sogar Angst, du würdest mal auf die Reservebank draufspringen. Und er müsste dich dann eben wie festhalten. Wie hast du es so gesehen? Also ich stand auch einmal in München neben dir und dachte mir auch, okay, der ist on fire. Ja, also ich glaube, ich habe mich dann noch gut unter Kontrolle, dass ich dann nicht aufs Feld springe oder so, aber in der Hinrunde, da gab es halt auch die eine oder andere Szene, die für Diskussionsstopf gesorgt hat. Und da fällt es mir dann auch sehr schwer, ruhig zu bleiben. Ich bin auch sogar einmal, glaube ich, reingegangen während des Spiels, weil mir dann die Hutschnur geplatzt ist, sage ich mal. Und da hält mich dann leider oder auch irgendwie zum Glück nichts auf dem Sitz. Und ja, das ist einfach meine Persönlichkeit. Ich verstehe mich da nicht und hoffe einfach, dass ich den Blickewinkel nicht mehr habe von da oben. Wem das Ganze natürlich auch nicht in Gang ist, waren unsere Jungs vom Schanzer Fanradio. Also an der Stelle gehen jetzt mal Grüße raus an Herbert und an Matze, die jetzt neuerdings ein drittes Mikrofon haben und meinten, ah, der Max, der wäre natürlich der perfekte Gast gewesen. Könntest du dir mal so grundsätzlich vorstellen, da irgendwie mal zu Gast zu sein? Oder hättest du es dir in der Vergangenheit vorstellen können, da zu Gast zu sein? Ja, durchaus. Warum nicht? Vielleicht kann ich da ein bisschen objektiver auf die ganze Geschichte achten und muss mich da ein bisschen mehr kontrollieren. Aber jetzt will ich da nicht mehr zu Gast sein. Jetzt will ich auf dem Feld stehen und dann sollen das die Leute machen, die das bisher gemacht haben. Aber grundsätzlich in der Vergangenheit hätte ich es mir durchaus vorstellen können, ja. Aber hast du es schon mal gemacht? Irgendwie beim Fanradio oder generell irgendwo mal zu kommentieren? Nee. Außer beim Training und während des Spiels eigentlich nicht. Okay. Du hast auch in der Zeit mal bei einer Stadion-Tour vorbeigucken dürfen, bei einem Geburtstag. Wir bieten nämlich immer am Heimspieltag auch diese Stadion-Touren an, wo dann eben jemand von euch noch vorbeiguckt, als Special-Gast, sag ich mal. Wie hast du diese Kindergeburtstage erlebt oder diesen Kindergeburtstag erlebt und was bedeuten denn Kids generell so für dich? Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir dann schon früh die Verbindung irgendwie versuchen aufzubauen zwischen den Profis und den Kindern, weil ich glaube, für die Kids ist ganz wichtig zu sehen, dass wir halt auch ganz normale Typen sind und Väter, Ehemänner und wir da gar keine, wie sagt man, Berührungsängste haben. Und für mich ist das immer sehr willkommen, um halt auch mal ein anderes Gesicht zu zeigen und nicht nur das auf dem Feld. Also wenn ihr uns irgendwo seht oder wenn ihr uns im Stadion seht, sprecht uns gerne an. Wir unterhalten uns gerne mit euch und gerade auch die Kids. Ja, wir freuen uns, wenn ihr da seid. Jetzt sind da Kinder dabei, die bestimmt auch mal eine etwas andere Frage stellen, als vielleicht die typischen Journalisten nach dem Spiel stellen in der Mixzone. Jetzt stell dir mir vor, ich wäre die siebenjährige Christina. Ja. Und du triffst im Web-Bereich auf die siebenjährige Christina, die dich fragen würde, wie wird man Profifußballer, Max? Ich glaube, das Allerwichtigste ist Spaß. Also wenn du als Kind schon den Spaß am Fußball verlierst, dann sollte es vielleicht einfach auch nicht sein. Also solange du Spaß am Fußball hast und das sollte man dann haben, um den Profibereich zu erreichen, weil ohne das geht ja eh nichts. Warum haben wir immer angefangen? Weil wir Spaß daran hatten, gegen den Ball zu treten. Und dann kommt halt in den Jahren dazu noch, dass man dann auch natürlich irgendwie auf seine Disziplin achten muss. Ja, kommen ganz, ganz viele verschiedene Dinge zu, aber Kinder verliert den Spaß nicht. Das ist das Wichtigste. Was war so die verrückteste Frage, die dir da vielleicht schon mal gestellt worden ist? Also, so verrückt, sage ich mal, waren die Fragen gar nicht, aber die Kinder haben halt super, super offene Köpfe und denen ist halt dann auch nichts unangenehm. Die fragen dann auch einfach so, ja, was verdienst du denn? Oder keine Ahnung, wie viel Geld gibst du für das, dies und jenes aus? Ich meine, ich glaube, außer in Deutschland sind das gar nicht so unangenehme Fragen, aber das ist dann schon lustig, wo man muss schmunzeln und ja, da findet man dann auch schon eine passende Antwort. Und wie hast du das dann kindgerecht beantwortet? Ich habe, glaube ich, gesagt, dass ich genug verdiene, genug verdiene, ja, weiß ich gar nicht, was ich gesagt habe. Ich glaube einfach, dass ich gesagt habe, dass ich genug verdiene, um meinen Kühlschrank voll zu machen und ja, einfach der Frage ein bisschen gekonnt, aus dem Weg zu gehen, weil es ist ja immer noch ein Tabuthema in Deutschland und ja, da will man dann nicht mit irgendwelchen Zahlen um sich schmeißen und ich glaube, das dürfen wir auch gar nicht vertraglich gesehen. Meine ich auch, ja. Dann lass uns mal zu dir zurückkehren. Vielleicht kannst du dich noch an den Moment erinnern, als damals die medizinische Abteilung dir mit auf den Weg gegeben hat. Max, jetzt ist es soweit, du darfst endlich wieder mit Ball arbeiten. Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Wobei man sagen muss, bei mir war das immer so ein Zusammenspiel aus persönlichen Erfinden, MRT-Bilder und medizinische Abteilung. Also wenn das alles irgendwie so übereingestimmt hat, dann war da grünes Licht und die Arbeit dann auf dem Platz mit dem Ball mit Chris war dann noch etwas eintönig, sage ich mal und da wollte man dann schnell durchkommen. Aber als ich dann wieder auf dem Platz stand mit der Mannschaft, das war schon, ja. Also ich wünsche keinem Spielern eine Verletzung in dem Profibereich, aber so ein Comeback mitzumachen, das ist schon eine überragende Erfahrung. Wie ist das jetzt bei dir gewesen? Warst du da bei den Zweikämpfen am Anfang ein bisschen vorsichtiger oder sobald du auf dem Platz bist, Kopf aus und vollkommen egal? Ja, also man wird ja immer so ein bisschen eingegliedert ins Training. Man fängt nicht von 0 auf 100 an, direkt mit einer großen Spielform und Zweikämpfen. Aber in den Zweikämpfen hatte ich eh nie ein schlechtes Gefühl, weil bei mir war eher das Thema Vollspannschüsse, weil das war halt eine Verletzung im Vorderen und Oberschenkel. Und das war halt eher das Thema, wo ich dann halt ein bisschen ein Augenmerk draufgelegt habe, um mich da langsam ranzutasten. Von daher war es eigentlich relativ schnell überstanden, diese Phase, dass ich da keine Zweikämpfe für ein Konto oder wollte. Also das war gar nicht das Riesenproblem. Gegen Heidenheim hat es dann für 45 Minuten gereicht gehabt. Gegen Chemnitz waren es ein bisschen über 80 Minuten, die du da auf dem Platz standen durftest. Dann ging es für uns nochmal in die, ich sage mal, mehr oder weniger Winterpause. Ihr habt ja alle einen individuellen Plan mit nach Hause bekommen. Woran solltest du denn explizit nochmal arbeiten? Also ich glaube, dadurch, dass ich so eine lange Reha-Phase hatte und dann halt nochmal die lange Winterpause, wo ich auch schon früher angefangen habe zu arbeiten, musste ich jetzt gar nicht so viel aufholen. Ich bin dann aber tatsächlich nochmal in die Reha gefahren, wo ich vorher war, um mich da quasi von meiner Muskelkraft halt einfach nochmal auf ein anderes Level zu bringen. Da war ich dann eine Woche und läuferisch musste ich gar nicht so extrem viel arbeiten. Und ich glaube, ich bin dann mit einem ganz guten Ausgangswert in die restliche Vorarbeitung gekommen. Für dich war die WM-Pause eigentlich das Beste, was hatte passieren können, oder? Also für meine Fitness ja sicher ja, für meinen Kopf ja natürlich nicht, weil ich war eigentlich immer schon so kurz davor, vor dem Spiel, vor Duisburg quasi, wieder zurück zum Kader zu gehören. Und die Entscheidung war dann halt, dass wir halt nichts übers Knie brechen, sondern halt warten. Aber dann kam halt diese lange Pause. Und im Sinne von Fitness her war es Gold wert. Im Sinne von Kopfschmerzen war es dann halt auch mal schwierig. Okay. Welche Rolle nimmt ein Max Dittgen jetzt beim FC Ingolstadt 04 ein? Mit diesen ganzen Zweitligaspielen, die du absolviert hattest und mit der Erfahrung aus der dritten Liga? Ja, zunächst einmal will ich erstmal gesund bleiben und möglichst viele Spiele für den Verein machen. Und ja, ich würde jetzt gerne mein erstes Spiel gewinnen am Wochenende. Das ist mir noch vergönnt geblieben oder verwehrt geblieben. Fußball ist immer Mannschaftssport. Ich weiß, dass ich nicht alles alleine auf dem Platz regeln kann und niemals auch werde. Von daher versuche ich, meine Mannschaftskollegen werbal und auch mit den Beinen bestmöglich zu unterstützen. Und ich hoffe, dass uns dieser immer großgeschriebene Turnaround dann jetzt endlich gelingt. Und ja, ich will ein wichtiger Bestandteil sein, ein wichtiger Bestandteil werden. Und ich glaube, dass dazu einfach Spiele, Spielminuten und Siege und Punkte gehören. Und ja, ich glaube, da werden wir jetzt versuchen anzusetzen. Eine Frage, die dir, die den anderen eigentlich bei jedem Interview gestellt wurde bisher, ist die Frage nach dem großen Saisonziel. Ich würde sie ein bisschen anders formulieren. Wenn du einen Wunschzettel anfertigen dürftest, was sollte da draufstehen? Jetzt persönlich für mich oder allgemein so auf die Saison? Ich würde beides. Einmal für dich persönlich und dann auf die Saison bezogen. Ja, ich möchte möglichst viele Tore und Vorlagen beisteuern, damit wir die Spiele gewinnen. Dann wünsche ich mir, dass wir erstmal das nächste Heimspiel gewinnen. Das steht ganz auch drauf schreiben. Ja, dass wir jetzt vom Kopf her vielleicht so rangehen, dass wir das nächste Spiel einfach gewinnen wollen. Wir wollen Spiele gewinnen. Einfach diese Gier nach dem nächsten Sieg und uns ein bisschen freimachen von der ganzen Zielsetzung und die Ambitionen, die der Verein hat. Klar wissen wir das. Klar ist das alles in unseren Köpfen. Aber ich glaube, es wäre gesünder, das so zu machen, dass wir sagen, wir wollen das nächste Spiel unbedingt gewinnen. Und dafür tun wir alles. Gut, dann war das eigentlich für die erste Kategorie mal ein ganz schöner Schlusssatz deinerseits. Wir machen jetzt einfach weiter mit dem nächsten Themenkomplex, der sich nennt Unsere Geschichte. Auch diese Rubrik wird präsentiert von den Stadtwerken Ingolstadt, Autobierschneider und Systech. So, du bist ja geboren in Mörs. Hast dann deine ersten großen Schritte im Fußball in Duisburg gemacht gehabt, bist dann zu Schalke gekommen und da auch im NLZ gewesen. Und dann gab es ja einen Transfer, den man in Fußball Deutschland eigentlich eher seltener macht. Ja, also ich glaube, das ist dann ein bisschen, ja schon ungewöhnlich, aber es wird dann auch irgendwie immer heißer gekocht, als dann gegessen wird. Weil in der Jugend ist es glaube ich nicht so eng, das kam schon das eine oder andere Mal vor. Aber ich bin dann natürlich auch wieder von Dortmund zurück nach Schalke gewechselt am Ende des Tages. Das war dann glaube ich nicht so oft der Fall. Aber ja, das ist mein Weg und ich würde nicht viel anders machen, wenn ich es nochmal hätte machen dürfen. Was würdest du denn anders machen? Oder gibt es gar nichts dergleichen? Also, ich bereue keine Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ich habe auch alles bewusst gemacht. Ich habe auf Schalke quasi, es war einfach nur 40 Kilometer von meinem Elternhaus eigentlich entfernt. Aber ich wollte unbedingt ins Internat dort, weil ich halt auch zweimal am Tag trainieren wollte. Weil wenn wir in der Schule normalerweise Sportunterricht haben, da hatten die Spieler von Schalke halt frühs auch Vormittagstraining. Und das hätte ich entweder so machen können, dass ich um sechs oder halb sechs abgeholt werde von zu Hause mit einem Fahrdienst oder ich bin halt im Internat dort. Und diese Möglichkeit wurde mir angeboten und dann habe ich es gemacht. Aber im Nachhinein sage ich, ja, so lange wie möglich zu Hause bleiben bei den Freunden, die man dann doch über die Jahre kennengelernt hat und möglichst lange ein Kind bleiben. Aber ich bereue nichts. Also ich wollte das unbedingt zu dem Zeitpunkt und es war auch cool. Es war auch ein cooles Erlebnis. Aber das wäre vielleicht so eine Kleinigkeit, die ich vielleicht hätte anders gemacht. Aber ja, nicht, dass ich es bereue. Hast du denn jetzt so im Erwachsenenalter noch Sympathien für den Verein? Also jetzt heißt es für Schalke oder für Dortmund oder Duisburg? Ja, also ich leide schon immer mit Schalke mit ein bisschen, muss ich sagen, tatsächlich, weil da habe ich so meine ersten Schritte gemacht und den riesengroßen Profifußball dann vor den Augen gehabt, weil man jeden Tag auf Schalke trainiert und dann die Arena vor sich sieht und sein Ziel quasi vor den Augen hat jeden Tag, dann ist man da schon so ein bisschen Anhänger. Nicht, dass ich jetzt riesen Fan bin, aber diese Verbundenheit ist halt irgendwie dann schon da. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass in der Zeit, wo ich in der Jugend war auf Schalke, andere Zeiten auf Schalke herrschten. Also da war noch Champions League und Senor Raul und da waren halt noch ein paar andere Leute auf der Platte als jetzt. Und deswegen leidet man halt schon ein bisschen mit. Das ist schon unangenehm. Ich hätte tatsächlich auch gerne letztes Jahr auf Schalke gespielt, aber da hatte ich leider, ja, eine Erkältung. Blöd gelaufen. Ja. Bist du jemals dann eigentlich durch den Spielertunnel auf Schalke dann durchgelaufen? Als Balljunge? Ja, also als ich Balljunge war, dort gab es noch nicht den Spielertunnel, der dieses Bergwerk quasi widerspiegelt. Da war der noch etwas neutraler. Aber ja, als Balljunge war ich am Berg. Und ich habe damals ein Praktikum in der Schule bei den Green Keepern gemacht. Oh. Und da mussten wir vor einem Europapokalspiel quasi den Platz ausbessern und riesige Stücke vom Rasen rausschneiden und einfügen. Und ja, das war dann so mein Erlebnis auf dem Schalker Rasen. Siehst du seitdem das Thema Rasen ein bisschen anders? Also, ich sage mal so, ich habe jetzt nicht meinen grünen Daumen entdeckt, weil ich ein Praktikum da gemacht habe. Aber nee, also sehe ich nicht anders dadurch. Habt ihr damals dann gewonnen, nachdem du das alles ausgebessert hattest? Das ist eine gute Frage. Weiß ich gar nicht. Weil ich weiß nur, dass uns gesagt wurde, wenn wir das vernünftig machen, dann dürfen wir am nächsten Tag auf den Rasen quasi in der Halbzeit die Rasenfläche ausbessern. Und anscheinend haben wir es nicht vernünftig gemacht. Wir haben stundenlang in der Sonne geschwitzt. Und manches Kollege und ich, wir wurden dann quasi, ja, ich will nicht sagen entlassen, aber uns wurde dann, ich glaube, der Sohn und der Neffe des Chefs von den Green Keepern vor die Nase gesetzt. Und die durften das dann schlussendlich machen. Und ich weiß gar nicht, wie der Spielausgang am Ende des Tages war. Also habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Okay. Du hast aber weitere, ja, zahlreiche Rasenflächen in Deutschland kennenlernen dürfen im Laufe deiner Spielzeiten. Bist da gut rumgekommen, sei es in Nürnberg, Asbach, Lautern, Wiesbaden und dann auch in Hamburg beim FC St. Pauli. Wenn wir nochmal die einzelnen Stationen uns zu Gemüte führen, was ist dir da denn so in Erinnerung geblieben? Kann sich jetzt beispielsweise auf einen Trainer beziehen, kann sich auf Spieler beziehen oder einfach auf die Stadt? Wenn es um den Trainer geht, ja klar, mit Rüdiger Rehm habe ich jetzt die dritte Station hier beim FC Ingolstadt. Dann habe ich natürlich mit Wiesbaden eine Großverbundenheit. Meine erste Tochter wurde in Wiesbaden geboren. Ich bin aufgestiegen mit Wiesbaden in die zweite Liga. Und ja, Hamburg und St. Pauli ist ja sowieso ein ganz spezielles Thema. Also ich glaube, es gibt keinen Verein auf der Welt, der so ist wie St. Pauli. Und das war schon eine schöne Erfahrung für den Verein zu spielen. Was war denn dein bisheriges Karriere-Highlight und was vielleicht die größte Enttäuschung? Da gibt es nur den Aufstieg über die Relegation mit Wiesbaden. Ja, leider im Nachhinein hier beim FC Ingolstadt. Aber das war ein absolutes Highlight, weil wir als krasser Underdog in die Geschichte reingegangen sind. Und vor dem Hinspiel quasi ja schon als Verlierer dastanden, sage ich mal so. Alle haben gedacht, ja, wie sollen die das denn schaffen? Weil wir haben da schon den stärksten Gegner aus der zweiten Liga, glaube ich, den wir hätten bekommen können, gekriegt. Und ja, ich glaube, wir kriegen in der ersten Halbzeit das 1-0, ganz früh, erste, zweite Minute. Dann nächster Nackenschlag, 45. Minute. Und dann haben wir uns am Leben gehalten. Ich glaube, 95. Minute haben wir dann das 2-1 gemacht. Und welche Leistung wir dann hier auswärts gebracht haben, das war, glaube ich, die beste Leistung, die wir als Verein je gezeigt haben. Und ja, quasi dieses Unmögliche machbar zu machen, ist halt nochmal ein ganz anderes Gefühl, als wenn man souverän, glaube ich, irgendwie durch eine Saison durchgeht. Ja, wir hatten nämlich eine Fanfrage dazu. Und der Fan hat gemeint, ich hoffe, es war nicht das Relegationsrückspiel dein Karriere-Highlight. Ja, also in der Saison hatte ich ja auch mit einer Verletzung zu kämpfen und bin quasi erst zur Rückrunde wieder eingestiegen. Und das war ja auch mein einziges Tor in dem Jahr. Weil ich habe da viele verschiedene Positionen gespielt, unter anderem auch links in der Abwehrreihe einige Spiele. Und das war halt das einzige Tor, was ich dann halt geschossen habe. Und natürlich im Nachhinein, als ich dann vom Interesse von den Schanzern gehört habe, wurde mir das dann halt auch mal irgendwann mal wieder aufs Brot geschmiert. Aber in dem Sinne gibt man halt alles für den Verein, für den man das Trikot gerade überzieht. Und Entschuldigung nochmal dafür. Und jetzt wollen wir das Ding wieder gerade biegen. Und dann hast du ja auch nicht nur jetzt bei deinen Vereinen, sondern auch bei der Nationalmannschaft, bei den ganzen DFB-Jugendteams eigentlich so gut wie alles durchlaufen. Wenn ich da jetzt nochmal auf mein Kartallkärtchen gucke. Also mit der U17, da hast du an der Europameisterschaft in Slowenien damals teilgenommen gehabt. Mit der U20 im Jahr 2015 dann den Mercedes-Benz Elite Cup gewonnen und sogar das entscheidende Tor geschossen gegen diese englische Auswahl. Ja, stimmt. Also hast du eigentlich so gut wie alles erlebt, was so diesen Jugendbereich angeht? Ja, also bis zur U20. Also U21 habe ich dann nicht mehr gespielt. Aber ja, ich habe sehr, sehr viele Spiele. Ich glaube, es waren gut 50 U-Linder-Spiele, die ich gemacht habe. Und es war eine überragende Erfahrung. Ich hatte Mitspieler, die dann einen riesigen Weg gemacht haben. Und ja, es war eine tolle Zeit. Ärgert das einen, dass man es dann selbst nicht nochmal diesen einen Step weiter geschafft hat? Ja und nein. Also klar, man guckt immer nach oben als Fußballer und sieht, wohin es die Leute geschafft haben, mit denen man gespielt hat. Aber ich glaube, was halt auch sehr oft aus den Augen verliert, ist, wie viele Jungs es dann überhaupt gar nicht geschafft haben. Und die Durchlässigkeit nach oben ist zwar gegeben, aber trotzdem ist es ein harter, steiniger Weg. Und da gehören viele Sachen dazu, die passen müssen. Da muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann noch auf die Minute die richtige Leistung bringen. Und ja, ich hatte, sage ich mal, nicht den Karriereweg, der typisch für ein U-Nationalspieler gewesen ist, sondern ich musste über Umwege mich durchkämpfen. Und ja, bei mir stand immer außer Frage, dass ich nicht aufgeben werde, egal in welcher Liga ich denn jetzt am Ende gelandet wäre oder egal in welcher Kategorie, Profi oder nicht Profi. Ich hätte immer weiter gespielt, weil mir der Spaß am Fußball einfach so groß ist. Und ja, klar versucht man so hoch wie möglich zu kommen, aber am Ende zählt, wie ich es am Anfang gesagt habe, schon immer der Spaß. Das hast du gerade schon gesagt, egal welche Liga. Das war natürlich auch eine Frage, die dir viele gestellt haben. Warum kommst du von einem Zweitligisten aus Hamburg zum FC Ingolstadt in die dritte Liga? Ja, also zunächst einmal wollte ich Teil oder ein wichtiger oder entscheidender Teil sein, warum der Erfolg wieder zurück zu dem Verein kommen soll. Und ich habe mit zwei, drei Vereinen gesprochen und ich habe mir auch vorher vorgenommen, nicht mit allzu vielen Vereinen zu sprechen, weil das macht dann auch einen irgendwo nur verrückt. Und mit Abstand am meisten hat sich halt der FC Ingolstadt um mich bemüht. Es war so ein unbedingter Wille da, dass ich zu dem Verein komme. Und das hat mir einfach sehr imponiert. Und der Austausch war auch überragend. Also es war einfach so, wie man sich das vorstellt. Und das ist, glaube ich, auch nicht mehr selbstverständlich heutzutage, dass der Verein sich so um einen Spieler dann bemüht. Und ja, wie gesagt, ich will einfach anpacken und ein wichtiger Teil dessen sein, wieder hochzukommen. Als du noch in Hamburg warst, waren das ja genau diese zwei Jahre, wo die Corona-Hochphase eigentlich war. Hast du dennoch Land und Leute ein bisschen kennenlernen können in Hamburg? Ja, absolut. Also ich glaube, so Hamburg gehört zu den Top-3-Städten, glaube ich, in Deutschland, was die Lebensqualität angeht. Ich bin auch irgendwo mit einem weinenden Auge dann da weg, weil meine Familie sich auch sehr, sehr wohl dort gefühlt hat. Und die Leute sind halt auch alle sehr gut auf St. Pauli zu sprechen dort. Also egal, in welches Restaurant man geht oder wo man sich ein Brötchen beim Bäcker holt, die Leute erkennen einen, die quatschen da einen auch ohne Hemmung an und sind da halt auch sehr freundlich. Nach Niederlagen war dann halt auch nie so die Stimmung so, ah, kommt jetzt mal, gib mal jetzt endlich Gas oder so, sondern er halt, ja, los, im nächsten Spiel wird's schon, weiter geht's und gar nicht so dieses Negative. Und ich weiß nicht, ob es beim Stadtnachbarn da genauso ist. Von daher, ja, war eine wunderbare Erfahrung und ja. Hättest du dir ja mal fragen können, der hat da bestimmt Erfahrungen damit, oder? Ja, also wenn man so sich die Zeitungsartikel oder die Berichterstattung da anguckt, dann merkt man ja schon, dass da natürlich ein bisschen kritischere Worte gewählt werden, weil natürlich auch der Leistungsdruck da maximal ist. Und bei uns war es halt so, wenn die Leistung gestimmt hat, dass wir einfach alles reingeworfen haben, dann war halt auch kein Fan und kein Anhänger sauer auf uns. Also da hat einfach nur gezählt, dass man sein Herz auf den Platz gelassen hat und ja, die Tugenden, die da St. Pauli auszeichnen, zeigt. Und dann war auch, war das auch mal in Ordnung, wenn man das Spiel nicht gewinnt. Worüber die Medien in der Zeit auch berichtet haben, war deine Hochzeit. Ja, haben sie dann auch nochmal aufgegriffen, ja. Weil da die Ausstrahlung war, also du weißt glaube ich jetzt sowieso, auf was ich raus will, ist nämlich bei dir auch, muss ich sagen, bei deinem Wikipedia-Eintrag, wenn du den schon mal gelesen hast. Ganz unten, Privat-Doppelpunkt, der Brautkleidkauf seiner Frau wurde im TV ausgestrahlt bei Tüll und Tränen. Ja. Wie kam es da dazu und vor allen Dingen, wann hast du die Sendung dann gesehen? Ich hoffe, nach eurer Hochzeit erst. Ja, natürlich, klar, logisch. Also ich weiß gar nicht, ob die davor überhaupt ausgestrahlt wurde, aber ich weiß, dass es so war, dass meine Frau sowieso ihr Kleid in dem Laden kaufen wollte, wo es dann schlussendlich abgedreht wurde. Und die Besitzerin, die Inhaberin des Ladens hat dann halt gefragt, ob sie gerne mitmachen möchte, weil sie wohl gut wäre, um einige ihre Kleider zu präsentieren. Und ja, meine Frau war da ganz offen und für mich war das auch eigentlich kein Thema, da Nein zu sagen, weil meine Güte, sie hat sich ein Brautkleid gekauft und das war es dann auch. Also so wie jede Braut das eigentlich macht. Gut, ich bin jetzt zu dem Zeitpunkt Fußballprofi, aber das stört mich eigentlich nicht so was. Jetzt haben wir schon ein bisschen über coole Spots in Hamburg gesprochen, deswegen jetzt auch mal die Frage an dich, hast du in Ingolstadt schon irgendeinen coolen Spot? Ja, ausfindig machen können oder bist du da noch auf der Suche? Ich bin sehr, sehr gerne hier am Trainingszentrum, jetzt mal unabhängig von der Freizeit. Also dann in der Stadt bin ich eigentlich auch sehr gerne einfach, aber einen so einen Punkt habe ich eigentlich gar nicht. Also ich spaziere gerne mit meinen Kindern von zu Hause aus in die Stadt, dann durch die Stadt und ja, aber so ein Hotspot, wo ich sage, da muss ich immer wieder hin, habe ich tatsächlich gar nicht. Also ich fühle mich eigentlich in der Stadt sehr gut aufgehoben, ist eine sehr angenehme Altstadt, nicht viel Trubel, aber zum Spazierengehen und zum Kaffee. Ach, vielleicht bei Salatkind schaue ich gerne vorbei, ja, da bin ich oft. Okay. Auch wenn ich mir das Essen nur mitnehme. Hast du da einen Lieblingssalat mittlerweile? Ja, und zwar, dass der Vitalian Vita mit einem Feld hält, also eine Kartoffel dazu und ja, der macht gut satt und bringt viel Energie. Der Vitalian Vita ist sogar der Salat der Woche übrigens, gerade aktuell. Ja, das ist sehr gut zu wissen. Morgen haben wir doppelt Trainingseinheit, dann werde ich mich da blicken lassen. Könnt ihr da mal vorbeigucken, vielleicht trefft ihr da den Max mal. Ja. Welchen Anteil hatte Tobi Schreck an deinem Wechsel? Also ich glaube, umso länger ich mir dann die Gedanken gemacht habe um den Wechsel, kam halt immer wieder der FC Ingolstadt irgendwie in meinen Kopf und ich habe da Listen gemacht zu Hause mit Pros und Cons und so, auch mit meiner Familie und es hat eigentlich immer nur eine Sache gegen den FC Ingolstadt gesprochen und so war halt die Liga. Und das will ich halt unbedingt ändern und das ist halt mein Anspruch. Und auf der Liste stand halt auch, wie du gerade schon gesagt hast, Schröcki drauf. Der stand dann halt ganz oben auf der Liste, weil unser Kontakt, der ist nie abgebrochen über die Jahre. Wir haben ja, ich glaube, es ist schon sieben Jahre her, dass wir das letzte Mal zusammengespielt haben und er war ja auch auf meiner Hochzeit und auch bei meinem Junggesellenabschied und so dabei. Und wie gesagt, der Kontakt ist immer bestehen geblieben, auch wenn man sich nicht so oft gesehen hat, weil es im Fußball natürlich auch schwer ist. Aber der hat dann auch nochmal nachgebohrt und schlussendlich war das dann vielleicht auch eine Geschichte, die den Ausstand gegeben hat. Was stand da noch so bei Pro? Ja, wie ich gerade gesagt habe, Ambition, Trainingszentrum, Trainingsmöglichkeiten. Wenn man sich hier alles anguckt, das Stadion, ich glaube, das ist immer das Erste, was man irgendwie sagt, dass hier alles für die Bundesliga ausgelegt ist. Und dann halt, wie ich auch schon gesagt habe, das Bemühen einfach, dieser unbedingte Wille, dass ich hier meinen Weg hier weiterführe. Und das hat mir einfach so imponiert und mich schlussendlich davon überzeugt, hier zu unterschreiben. Jetzt haben wir ja Schröcki auch während der Sommerpause ein bisschen bei Social Media verfolgt, wie euch natürlich auch über den Schanzer-Account. Und damals hattest du ja noch nicht unterschrieben. Wir haben aber gesehen, du warst mit Schröcki dann im Urlaub im Sommer. Und jetzt kannst du dir mal erzählen, wann Schröcki denn wusste, dass du hier beim FCI unterschreibst. Wie viel früher wusste er es? Also, es war jetzt nicht der klassische Urlaub, sage ich mal, weil wenn man halt im Sommer einen Vereinswechsel vollzieht, dann ist halt nicht so viel mit Ruhe. Und es war halt auch schon ein bisschen unangenehm, weil ich einige Zeit am Telefon verbringen musste im Urlaub. Und bei uns ist eigentlich immer oberstes Gesetz im Urlaub, ja, für Fotos okay, aber für Telefonate, was die Arbeit angeht, sollte man dann eigentlich versuchen wegzuschieben. Aber es war halt in meinem Fall absolut nicht möglich. Und ich habe dann halt auch ab und zu auch mal zur späteren Tageszeit mit Familie, Berater und Vereinen dann auch telefoniert. Und ja, die Verantwortlichen haben halt sehr stark darauf gepocht, dass wir das halt so schnell wie möglich über die Bühne bringen und haben da auch absolut nicht locker gelassen. Und ich glaube, ja, sagen wir mal, ich habe glaube ich am zweiten, zweiten unterschrieben hier und wir sind am 31. oder am ersten aus Ruhe gekommen. Also ich sage mal so fünf Tage vielleicht. Vorher wusste Schröckchen auch Bescheid. Die Unterschrift war dann ja erst drunter am zweiten. Also da darf man halt auch nichts überstürzen. Aber dass die Entscheidung gefallen ist, das zu machen, vier, fünf Tage wahrscheinlich, ja. Und wie war seine erste Reaktion? Ich glaube, er hat gesagt, ja, hat ja jetzt lange genug gedauert. Ja, endlich. So auf die Art. Wurde auch Zeit, dass du es jetzt gemacht hast. Aber ja, ich musste halt alles genau abwägen, weil das halt auch ein wichtiger Schritt in meiner Karriere ist oder war. Und ja, aber es war dann auch irgendwo so eine Bauch-Herz-Entscheidung, die mir dann irgendwie, ja, dann am Ende des Tages dann doch nicht als schwer gefallen ist. Bis du allerdings in deine Wohnung gezogen bist mit Kind und Kege, hat es ein bisschen gedauert und da hast du dann auch unseren Käpt'n gebraucht. Der hat dir Asyl gewährt, oder? Ja, was heißt gebraucht? Also ich hätte es sicherlich auch irgendwie anders darstellen können, aber er hat es mir halt angeboten und hat dann halt auch gesagt, bevor du ins Hotel gehst, komm lieber zu uns nach Hause. Und ja, das ist dann schon nochmal ein anderes Gefühl, weil ja, es ist dann schon irgendwie dann doch heimischer. Also, dass man dann nicht jeden Tag essen geht, sondern halt zusammen was kocht oder ja, dass ich dann auch da im Haushalt halt mitgeholfen habe und so. Und mir war das sehr willkommen, dass ich das in Anspruch nehmen konnte und ja, war eine coole Zeit, aber ich war dann auch froh, als meine Familie, wenn ich wieder da war. Was hast du denn so am Haushalt noch mit beitragen können? Hast du mal einkaufen? Also ich habe sicher den Kühlschrank ein, zwei Mal aufgefüllt, klar. Also ich war ja jetzt am Ende des Tages gar nicht so lange, weil ich immer war. Zwei Wochen, weil wir dann noch so. Ja, sowas, genau. Weil dann war noch das Trainingslager und danach habe ich dann ja die Wohnung bekommen. Ja, ich habe den Kühlschrank, glaube ich, ein, zwei Mal gefüllt. Dann so Spülmaschine einräumen, war so mein Ding, sage ich mal. Kochen nicht so. Ja, Schrecki hat ja auch eine Freundin, die sehr gut kocht und die hat uns dann nach den Trainingseinheiten öfters dann bekocht und alles bereitgestellt. Auch nochmal große Dankeschön dafür. Ja, war eigentlich ganz schön die Zeit. Wobei ich mal gelesen habe, du bist mit dem Thermomix ganz vertraut. Ja, schon. Hast du da mal irgendwie was gezaubert dann mit dem Thermomix? Ja, den hatte ich ja nicht da, leider. Ich sage mal so, ich hatte zu dem Zeitpunkt, bin ich noch mit dem Smart unterwegs gewesen und dann bin ich von meinen Eltern aus hierher gefahren, die 500 Kilometer mit dem Smart oder 600. Und da hatte ich dann keinen Thermomix dabei. Da hatte ich anderes Zeug, das ich verstauen musste, sage ich mal so. Hast du aber alles reingebracht? Hab alles, was ich brauchte, reingebracht, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt lebst du mittlerweile bei uns in Oberbayern mit deinen beiden Mädels, mit deiner Frau, mit euren Hunden. Wie gut habt ihr euch mittlerweile hier in Ingolstadt dann zurechtgefunden? Ja, ich glaube, die Abläufe stimmen jetzt bei uns mittlerweile. Die Kids sind im Kindergarten vormittags. Wir haben eine feste Route zum Einkaufen. Wir haben quasi fünf Minuten bis zu einem Einkaufsladen und ja, also wir finden uns sehr gut zurecht. Es ist ja auch nicht allzu schwer hier in Ingolstadt. Da ist ja, wie gesagt, nicht so ein Riesentrubel. Die Stadt ist überschaubar, aber nicht allzu klein und von daher finden wir uns eigentlich sehr gut zurecht. Ein Thema, das wir alle mitbekommen haben, war natürlich auch die Suche nach euren beiden Kita-Plätzen. Ja. Und da seid ihr jetzt endlich erfolgreich gewesen. Ja, tatsächlich auch wieder im Urlaub. So ein Thema, wo wir auch kurz überlegt haben, nicht ans Handy zu gehen, als die Telefonnummer aufgeploppt ist. Zum Glück sind wir da gegangen und uns wurden dann quasi gleich zwei Plätze angeboten und ja, waren dann auch überglücklich, dass das Thema dann auch abgehakt war. Mhm. Fußball spielen kannst du. Im Smalltalk bist du eigentlich auch ganz gut. Haben wir jetzt beim Neujahrsempfang zumindest feststellen dürfen. Und was das Thema Mode angeht, würde ich jetzt mal behaupten, bist du auch ganz vorne mit dabei. Was hast du denn da so an gewagten Dingen in deinem Kleiderschrank hängen? Weiß ich jetzt gar nicht, ob da so viele gewagte Sachen dabei sind. Da sind sehr viele verschiedene Sachen dabei jedenfalls. Also für mich ist immer wichtig, dass die Farbe von den Schuhen oder die Farbe von der Hose, was auch immer, dass es alles miteinander sich so ein bisschen zusammenfügt. Und ja, ich will da kein Kanarienvogel sein, sage ich mal so. Aber ich scheue halt auch keine Farbe. Also wenn es alles gut aufeinander abgestimmt ist, ja, traue ich auch mal ein ausgefallener Farbe. Von wem lässt du dich da so inspirieren? Hast du da Vorbilder? Ähm, nee, nicht unbedingt. Also meine Zeit bei Wiesbaden und St. Pauli hat mich, glaube ich, ein bisschen geprägt. Da habe ich, ja, mit Kofi Kerecson gespielt. Und ja, wir haben uns immer ausgetauscht über gewisse Dinge. Und ich habe mich da ein bisschen auch an ihn angelehnt, sage ich mal so. Und ja, dann auch irgendwo den Fable für Sneaker und so entwickelt. Also, ja. Da hast du mir in dem Zusammenhang auch schon mal irgendwie von deiner FC St. Pauli-Zeit erzählt gehabt, dass ihr da ganz skurrile Weihnachtsfeiern hattet. Und da war auch mal die Rede von einem blinkenden Pulli. Kannst du dich da noch erinnern? Ja, also das war so eine interne Geschichte, die nur vom Spielerkader gemacht wurde. Da haben wir gewichtelt und jeder musste seinem Wichtel dann ein Kostüm kaufen für die Feier. Ja. Und ich habe halt einen jüngeren Spieler gezogen und ich wollte ihn quasi dann nicht komplett bloßstellen und habe ihm dann eigentlich ein ganz cooles Outfit zusammengestellt. Und da war halt ein Teil unter anderem ein weihnachtliches Jackett, was mit Lichtern übersät war. Und das hat er dann gefeiert? Ja, ich denke schon. Also, er war zum Glück nicht peinlich berührt wie einige andere auf der Feier, wo ich jetzt nicht näher darauf eingehen will, was die da getragen haben. Aber ich glaube, es hat ihm getaugt, ja. Mir hat er bei der letzten Folge auch ein Vögelchen gezwitschert gehabt, dass du bei der Weihnachtsfeier in Ingolstadt performt haben musst. Und das Ganze anscheinend nicht nur, was den Gesang angeht. Was denn noch? Ja, so das Ganze drumherum, deine ganze Performance. Okay. Muss ziemlich gerockt haben, hat auf jeden Fall einen großen Eindruck bei der Person hinterlassen gehabt. Wer hat das denn gesagt? Du hast ja die letzte Folge bestimmt gehört. Ach, der Marius hat das gesagt. Und vielleicht kannst du uns da ja auch eine Kostprobe geben oder so. Nee, ich werde hier jetzt nicht einrauszimmern. Das mache ich nicht. Aber ja, ich habe da halt keine Hemmschwelle, was sowas angeht. Ich bin da relativ offen. Ich musste halt, wie es die Tradition so ist, mein Ständchen noch geben, weil ich ja verletzt war und dann bei den ganzen Feiern nicht dabei sein konnte oder bei den Mannschaftsabenden, wo dann jeder sein Ständchen singen musste. Und dann haben sich Paco und Schröcki gedacht, mich dann quasi mal aus der kalten Hose heraus da singen zu lassen. Aber ja, haben halt die Rechnung ohne mich gemacht. Also mich stört das nicht. Ich finde da schon immer irgendeinen Titel, den ich dann da auf die Tanzfläche oder wo auch immer hinbringen kann. Marius hat den Titel jetzt nicht mehr 100% zusammenbekommen. Vielleicht kannst du uns noch sagen, was du da gesungen hast. Es war Follow Me von Anke Cracker. Jetzt haben wir über deine Mitspieler schon gesprochen. Vielleicht hast du ja einen, der dich im Laufe deiner Karriere besonders beeindruckt hat, kann sich aber auch auf einen Gegenspieler beziehen. Und dann die Anschlussfrage, gab es ein Jugendidol bei dir? Also, ja, ich muss leider wieder sagen, also Kofi war ein brutal guter Mitspieler. Wir haben ein sehr enges freundschaftliches Verhältnis über die Zeit aufgebaut. Wir haben uns aber auch gegenseitig genutzt, was unsere Stärken und Stärken anging. Und das war sicherlich einer der Spieler, die so, wo ich sagen muss, brutal. Also einfach in vielen Belangen einfach seinen Mitspielern oder Gegenspielern auch überlegen. Dann in dem letzten Jahr haben wir im Pokal gegen Dortmund gespielt. Ja, Mats Hummels wird, glaube ich, oft nachgesagt, dass er ein kleines Tempoproblem hat. Aber der ist einfach ein absolut Weltklasse-Innenverteidiger, der ein Stellungsspiel hat, was seinesgleichen sucht und dazu noch ein Hühner ist. Und gegen den hat es gar keinen Spaß gemacht zu spielen. Ja, also mein Jugendidol war schon irgendwo dann Cristiano Ronaldo. Jetzt nicht 100 Prozent von seiner Spielweise, aber halt von seiner Art zu arbeiten und seinen Kritikern zu zeigen, wo der Hammer hängt. Also das war schon ein Idol. Dann nochmal vielleicht auf die Zukunft zu sprechen zu kommen. Hast du irgendwie das Ziel, in einem besonderen Land mal aufzulaufen oder in einem besonderen Stadion? Hat dich da irgendwas geprägt? Wenn ich mir jetzt so einen Traum aussuchen würde, dann in England, also in England zu spielen, wäre schon mal ein ganz großer Traum. Ob er dann am Ende des Tages in Erfüllung geht, steht auf einem anderen Blatt. Aber jetzt bin ich erstmal hier und will erstmal jetzt im Hier und Jetzt meine Schritte gehen. Das jetzt zu deinen beruflichen Träumen. Wie steht es um deine privaten? Hast du da irgendwie einen zukünftigen Urlaub ins Auge gefasst? Ich meine, Malediven sind ja wahrscheinlich kaum noch zu toppen irgendwo, oder? Ja, also es gibt sicher auch Leute, denen gefällt es dort gar nicht. Also wir haben da irgendwo unser Traumziel gefunden. Für uns ist einfach Urlaub abschalten. Wir brauchen da nicht viel Action, weil die haben wir das ganze Jahr über genug. Aber jetzt, dass ich jetzt sage, ich muss irgendwo nochmal hin. Privat habe ich jetzt gar nicht. Also ich bin privat, was Familie und so angeht im Moment glücklich. Und ja, da steht er auch in nächster Zeit, glaube ich, nichts mehr an. Im letzten Step geht es jetzt zu unserer bunten Rubrik. Und diesmal starten wir in diese mit einer kurzen Runde Sekt oder Seltas. Also du bekommst zwei Auswahlmöglichkeiten, legst dich auf eine fest. Und dann gibt es noch eine kleine Begründung mit dazu. Moin oder Servus? Dann nehme ich Servus. Ja, auch wie gesagt, ich hatte meine erste eigene Wohnung damals in Nürnberg. Bin da auch mit meiner Frau zusammengezogen. Und ja, da war es halt schon irgendwie so eine Verbundenheit mit Bayern. Hatte dann ja leider etwas kurz Intermezzo im Norden. Hat mir auch gut gefallen. Aber Bayern war dann schon ein bisschen weiter vorne. Max oder Diddes? Diddes. Verteidigen oder angreifen? Angreifen. Singen oder tanzen? Singen. Kannst du besser oder magst du lieber? Also ich glaube, ich kann auch ganz gut das Tanzbein schwingen, so ist es nicht. Aber ja, es ist schon lustiger zu singen eigentlich. Also nicht, dass ich jetzt da eine super Singstimme hätte, aber es ist einfach lustig. Bauch oder Kopf, Mensch? Bauch. Dann die Fans. Die sind natürlich auch zu Wort gekommen. Die eine oder andere haben wir schon ein bisschen vorweggenommen. Deswegen gehen wir jetzt gleich zu der hier. Wie bereitest du dich auf ein Spiel vor? Hast du Rituale oder irgendwelche Glücksbringer mit dabei? Ja, also im Vorfeld eines Spiels habe ich eigentlich immer so einen gewissen Ablauf schon am Vortag, dass ich mir mein Essen so zurechtlege oder zubereite, dass ich da auf meine Kohlenhydrate, auf meine Nährstoffe komme, die ich für das Spiel dann brauche. Dann direkt vor dem Spiel ist halt viel mit Musik, sich ein bisschen in den Modus zu bringen, in die Konzentration, dann warm machen vor dem eigentlichen Warm auch schon in der Kabine. Und ja, einen richtigen Glücksbringer habe ich eigentlich nur im Kopf. Das ist meine Familie. An die denke ich quasi, bevor es dann rausgeht, für wen ich das alles mache. Und ja, das würde ich so sagen. Welche Erinnerung ist die beste Erinnerung an den Jugendfußball? Die beste Erinnerung an den Jugendfußball? Ich glaube, das waren die Turniere im Ausland. Wir hatten halt viele Turniere in Holland, weil es die räumliche Nähe da hergegeben hat. Und da waren wir halt auch immer bei Gastfamilien und so. Und das war schon cool. Das hat schon mega Spaß gemacht, weil man da halt auch sich unter den Vereinen so ein bisschen mehr kennengelernt hat. Da waren mal zwei Spieler in der Gastfamilie und von Schalke oder so. Und da waren halt zwei andere in der Nachbarschaft irgendwo. Und dann hat man sich dann schon irgendwie so connected. Und es war schon so eine coole Geschichte. Dann hast du ein Lieblingsauto. Ein Lieblingsauto? Ja, ist also ist gar nicht schwer. Jetzt für mich passt eigentlich auch perfekt hierher. Also ich wollte schon immer ein Audi RS6 fahren. Tatsächlich passt natürlich jetzt auch gut hier zu uns. Das ist mein Lieblingsauto, weil das gibt alles her, was man braucht oder was man sich wünscht, sage ich mal. Und das ist es. Ist der FCI die Zukunft für dich? Aktuell auf jeden Fall, ja. Und dann kannst du dir vorstellen, dass natürlich auch deine Mitspieler vielleicht auf die Idee gekommen sind, was zu schicken. Wir haben eine Frage, die kommt von Marius Funk, noch vom letzten Podcast. Die ist ein bisschen allgemeiner gehalten. Ich würde die jetzt mal als erstes abspielen. Was war sein Chance-Moment? Ich würde sagen, ich hatte ja jetzt, was fußballerisch angeht, drei Spiele. Und die haben wir leider alle verloren. Aber ja, vielleicht dann mein Tor in Elversberg, was dann so ein bisschen die mögliche Wende eingeleitet hat. Also es war schon schon cool. Ich hätte gerne mehr über mein Tor gejubelt, aber ja, wahrscheinlich das. Kommt noch alles? So sieht's aus. Ja, von dem nächsten bist du dir wahrscheinlich eh klar gewesen, dass was kommt. Hey, Bro. Also ich würde gerne von dir wissen, wie es sich anfühlt, nach so langer Zeit mal wieder im schönsten Bundesland Deutschlands zu leben. Ich weiß, du hast es immer wieder vermisst, in Bayern zu leben, auch die bayerische Sprache zu hören, auch von mir natürlich. Und ja, sag mal, wie es dir hier wieder gefällt. Naja, mir gefällt's gut. Also ich fühle mich rundum wohl, was ich ja schon jetzt des Öfteren gesagt habe. Ich mag die Kultur hier, ich mag die Essenskultur, ich mag die Leute hier. Also ich fühle mich sehr wohl in Bayern und Tobi hat mir das ja auch das ein oder andere Mal schmackhaft gemacht, wieder hierher zu kommen. Aber verstehst du so ein Dialekt schon, oder? Ja, wenn's jetzt nicht brutal ist, dann ja. Ich sag mal, ich war auch bei Kaiserslautern. Pfälzisch ist ganz schwierig. Also das ist wirklich viel schwieriger, als bayerisch zu verstehen. Und von daher gewöhnt man sich auch schnell dran. Also wenn ich zu meinen Eltern nach Hause fahre und ich dann da ganz normal rede, da sind halt auch immer so einzelne Begriffe drin, die mir selbst gar nicht auffallen. Und die sagen dann schon zu mir, so ja, du redest ja wie, 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 du redest ja bayerisch, so gefühlt. Aber ist halt, ist natürlich nicht der Fall. Deswegen glaube ich, dass ich's schon ganz gut verstehe. Okay, also du kannst dich ganz gut anpassen. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob du mit der gewöhnt hättest. Bitte! Oder meine Frage an dich. Krass. Warum hattest du öfter mal auf dem Weg zum Training einen Werkzeugkasten in deinem Kofferraum? Ja, klar. Nee. Lösen wir auf. Können wir auflösen. Ja, ja, Kofi. Hi, grüß dich erstmal. Schön, dass ich was von dir höre. Cool. Ja, ich sag mal so, so gut Kofi mit den Füßen war, so schlecht war er dann auch irgendwo handwerklich mit den Händen. Und da musste ich dann das eine oder andere Mal aushelfen bei ihm zu Hause. Und hab dann von Bildern, Leinwände bis Fernsehen alles bei ihm an die Wand gebracht. Und ja, musste ihm da ein bisschen aushelfen. Also war er dein Fashion-Vorbild sozusagen und du hast dich dann rebranchiert, indem du das... Er war mein Fashion-Vorbild und ich war sein Vorbild in dem, was man dann irgendwann auch mal zu Hause machen muss, wenn man Frau und Kind so oder so hat. Sehr gut. Also du bist handwerklich begrabt. Ja, es passt. Und deswegen auch immer den Werkzeugkoffer im Auto gehabt? Ja, ich hab den jetzt nicht immer im Auto dabei, dass ich jetzt zum Mitspieler fahren kann und dem irgendwelche Sachen an die Wand knallen kann. Hast du es hier schon mal gemacht? Nee, hab ich... Doch, bei Schöcki, klar. Ja, logisch. Natürlich. Ich hab Schöcki. Ich hab schon aufgehilfen. Schöcki ist auch nicht sehr begrabt an den Werkzeugen. Ja, der betont es auch. Der braucht sich gar nicht dafür zu schämen. Okay, was hat der so für Hilfestellungen gebraucht, der Schöcki? Also Schöcki braucht, glaube ich, bei allem, was handwerkliches angeht, Hilfestellungen. Der ist da eher dann so in der Koordination gut. Also der sagt dann, wo was hin soll oder wer wohin laufen soll. Also da ist er gut. Ja. Also bist du der neue Ralf Keidel? Nein. Also ich will das jetzt auch nochmal betonen. Ich helfe gerne, aber ich stehe nicht für alle Sachen zur Verfügung, um jetzt hier Leuten Sachen an die Wände zu montieren. Also da muss schon, ja, muss schon eine gewisse Verbindung bestehen. Also bitte mich jetzt nicht anrufen und fragen, ob ich irgendwie eine Lampe montieren kann oder so. Weil gerade sagen, das springt jetzt dann wahrscheinlich der Fall raus, wenn Sie das hören. Herrlich. Gut, dann lass uns mal noch zu einem anderen Thema kommen. Servus, Max, der Lukas bzw. Schlappi hier. Grüße in den Podcast. Du, ich habe mal eine Frage. Und zwar, wenn ich mich recht entsinne, dann hattet ihr doch in der Sommervorbereitung im Trainingslager ein kleines FIFA-Turnier, ein Two vs. Two. Heißt, du hast zusammen mit Schröcki gespielt. Und was ich da so mitbekommen habe, lief es da nicht ganz so rund. Also ich glaube, am Ende ist der vorletzte Platz rausgesprungen. Nehmen wir uns doch mal mit, woran hat es am Ende gelegen und wer ist denn der bessere FIFA-Spieler? Du oder Schröcki? Liebe Grüße. Ja, woran hat es gelegen? Ja, ich glaube, so ein 2 gegen 2, da muss man sich immer ein bisschen eigentlich auch einspielen und die Gelegenheit hatten wir halt nicht. Und ich glaube aber, dass es dann schon eine gewisse Spaßveranstaltung für uns war. Wir haben uns da nicht zu ernst genommen und wollten da einfach auch ein bisschen unterhalten. Und ja, uns persönlich hat es Spaß gemacht. Und zwar ganz wichtig, dann das letzte Spiel gegen Paco und Funki dann zu gewinnen, dass wir dann quasi als, ich weiß gar nicht wie viele Mannschaften, dann waren es glaube ich sechs. Sechs Teams. Ja, dann waren wir quasi fünfter Sieger und nicht der letzte. Und das war wichtig für uns. Und man muss sagen, Schröcki ist in letzter Zeit sehr viel aktiver als ich an der Konsole, weil er hatte glaube ich auch eine lange Zeit dann Reha und war aber da bei seinen Eltern zu Hause und hatte da einige Zeit mehr als ich zur Verfügung, um sich an die Konsole zu setzen. Von daher glaube ich, dass er auf Abte im Stand sicherlich die Nase etwas vorne hat. Jetzt hast du aber damals über Schröcki Tipps vom Profi bekommen. Ja, korrekt. Und die haben nichts geholfen. Warum? Ja, sie haben ja geholfen im letzten Spiel. War ja top. Im letzten Spiel hatte ich mir echt mehr von euch beiden erwartet damals. Wir haben vorher halt gegen unsere Jungschanzer gespielt, die sehr, sehr viel Zeit in das investieren können. Und ich glaube, das wäre auch eine Schande gewesen, wenn die da gegen uns verloren hätten, weil wir dann natürlich, wie gesagt, für die Unterhaltung gut sind, aber für die Qualität an der Konsole nicht das oberste Level haben. Aber bei dem einen oder anderen Event hatte dann dennoch gebucht worden, in Anführungszeichen. Ja, also wir haben dann ja hier den Schanzer E-Football Cup mitgespielt, so quasi als Wildcard in der jeweils einen Spieler in jeder Gruppe. Und ja, ich sag mal so, wir wollten da auch nicht den Teilnehmern das Turnier versauen und am Ende dann das Zünglein an der Waage sein, warum die da nicht weitergekommen sind. Und wenn ich da, glaube ich, zwei andere Spieler von uns hingeschickt hätte, die deutlich, deutlich besser in dem Spiel sind, dann hätte das schon ein bisschen für Unmut gesorgt, glaube ich. Die zum Beispiel im Trainingslager gewonnen haben. Die zum Beispiel, genau, die beiden. Okay. Und wer das jetzt ist, das könnt ihr auch bei YouTube nochmal nachgucken. Da haben wir nämlich auch ein Video dazu gehabt. So, Max, du bist jetzt eigentlich fast entlassen. Ihr habt ja jetzt noch eine Einheit heute am Nachmittag. Da kannst du dich gleich widmen. Allerdings schließen wir den Schanzer Podcast immer mit einer Frage des aktuellen Gastes. Ich sag mal so, die letzten waren jetzt nicht sonderlich lustig. Das hast du ja jetzt gerade gemerkt. Die können auch lustig sein. Das kann auch komplett aus einem anderen Bereich kommen. Also es muss nichts mit dem FC Ingolstadt 04 zu tun haben. Na gut, dann frage ich einfach mal, wer auch immer das nächste Mal da ist, was benutzt du für deine tägliche Haar- und Gesichtspflege? Hatten wir noch nicht, nehmen wir so mit. Und das war dann auch die 32. Folge des Schanzer Podcasts, der euch präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadt, Auto, Bier, Schneider und Systech. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns gerne bei YouTube, Spotify, Soundcloud, Amazon Podcasts oder Apple Podcasts. Überall da sind wir nämlich zu finden. Und ja, jetzt entlassen wir den Max und hoffen auf drei Punkte gegen Dortmund und Osnabrück und alles Weitere, was eben dann noch folgen wird. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Das war der Schanzer Podcast. Eine Produktion des FC Ingolstadt 04. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt.